Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode von CUT. Heute ist Sonntag, der 2. Februar 2020. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, wie wir letzte Episode schon angekündigt haben, waren wir auch diesmal wieder im Kino. Ja. Wieder zu einer unchristlichen Zeit. Samstagabend. Haben wir uns in das Getümmel der pulsierenden Großstadtmetropole Passau gestürzt. Ja. Und waren diesmal im, ich sag mal in einem Nebenkino oder in einem. In einem Wohnzimmer. Ja, eigentlich ist es ein Relikt aus Zeiten, wo Passau, Passau hat immer vier Kinos. Und, ne drei, Entschuldigung, drei Kinos. Eines war das Proli. Das waren mehrere Säle früher. Dann oben so ein Stückchen weiter oben noch, war noch eins, das ist jetzt dicht. Und dann wurde das Cineplex gebaut und das Metropolis, von dem wir jetzt sprechen, wird noch als Programmkino beibehalten. Ja. Und das Proli auch, das war aber lange Zeit dicht. Ja, das Proli haben sie ja renoviert und es ist wirklich ein schöner Saal geworden. Es ist jetzt nur noch ein Saal und ein angrenzendes Café. Ja. Und das ist wirklich toll, da waren wir ja auch und haben uns The Green Book angeschaut. Und jetzt gestern waren wir halt in Metropolis und ja, da waren wir dann wirklich im kleinsten Saal. Das nennt sich Manhattan. Und du hast ja dann gestern gemeint, dass unser Wohnzimmer größer ist. Irgendwie. Ja, und es war halt auch noch sehr, sehr chaotisch, weil zwei Herrschaften da waren, die am falschen Tag ihre Sitze reserviert gekauft hatten. Und die haben dann irgendwie alles durcheinander gebracht. Und das Kino ist so eng, dass wenn einer da durch will, dann musst du aufstehen. Also ja, das war sehr lustig. Und es war sehr warm. Ja, es ist schon irgendwie seltsam. Heutzutage ist man doch anderes gewohnt. Und wenn man dann irgendwie plötzlich Sitze hat, die man noch umklappen muss, ist schon mal ungewöhnlich. Dann ist halt auch Sound war unterirdisch. Akustik war also allgemein unterirdisch, weil man ständig so eine Lüftung hörte. Es war ein bisschen stickig. Also es ist halt so ein altmodisches Kino in jederlei Hinsicht. Ja, ich fand es auch schade für den Film, weil das eigentlich so der Hauptsaal war, in dem er gezeigt worden ist. Er wurde schon erwähnt, wo sie geguckt haben. Also das war jetzt einfach mal ein Test für die, die uns brav jede Woche oder jede Folge anhören. Und zwar Little Women haben wir angeschaut. Little Women, das ist richtig. Ja, und der ist ja auch für einen Oscar nominiert. Für sechs sogar. Für sechs, genau. Und ich dachte irgendwie für zehn, aber es waren doch nur sechs. Und ja, schade, dass es in dem Saal war. Aber das war, wir wollten ihn halt sehen. Ja, richtig. Dann erzähl uns doch mal ein paar Fakten. Ja, genau. Und zwar, der Film hat die FSK Null. Ja, eine unschuldige Null. Er geht zwei Stunden und 15 Minuten. IMDB hat eine Bewertung von 8,1. 91 Meter Score. 95 Tomatometer. Und 92 Prozent Audience Score. Genau. So, Regie führt die Greta Gerwig, die ja schon viel im Filmbusiness gemacht hat, aber noch nicht viel Regie. Also das ist jetzt ihr drittes Werk. Sie hat davor Nights and Weekends und Lady Bird. Und für Lady Bird war sie ja auch schon für einen Oscar nominiert. und Beste Film, Beste Regie. Und auch dieses Jahr wieder Beste Film, Beste Regie mit Little Women. Ich schaue mal, Lady Bird war uns 1, 2, 3, 4, 5 Oscars. Mhm. Ja. Dann Kamera, Yorick Lesant. Ich weiß nicht, ob wir den Vornamen jetzt richtig. Yorick Lesant. Yorick Lesant. Yorick, ja. Ein Franzose. Mhm. Der hatte High Life, A Bigger Splash, Only Lovers Left Alive zwischen den Zeilen. Dann die Musik, das war dann irgendwie am Ende des Films, ich wusste das gar nicht, aber am Ende des Films, wenn du dann seinen Namen siehst, war es dann wieder klar, weil er hat halt schon auch wie Thomas Newman zum Beispiel eine sehr eindeutige Musiksprache. Und zwar war das der Alexandre Desplat. Und das hört man, also irgendwie, habe ich dann gedacht, mein Gott, das hätte mir ja irgendwie mal wie Schuppen vor den Augen fallen müssen, so während des Films. Aber wenn man es dann liest, denkt man so, ah ja, klar. Und zwar hat der gute Mann auch schon, der hat sehr, sehr viele Filme auch wieder musikalisch untermalt. Unter anderem The Night's, da ist er, der Versprecher, The King's Speech, Argo, The Queen, Shape of Waters, Florence Foster Jenkins. Und The Imitation Game. Und The Imitation Game. Und, ja, weil der hat ja so viel, ich habe dann irgendwann aufgehört zu scrollen. Das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks von ihm. Was ich auch sehr mag, ist The Benjamin Button. Der seltsame Fall von Benjamin Button. Ist auch von ihm. Ist auch von ihm, ja. Mag ich auch sehr. Ja, so, dann kommen wir auch schon zur Besetzung. Da habe ich jetzt, weil es ist halt schon ein Ensemble-Film und da sind sehr, sehr viele Darsteller dabei. Und die sind, finde ich, auch wichtig. Deswegen habe ich jetzt einige rausgeschrieben. Da fangen wir mal an mit der Hauptdarstellerin. Oder es ist eigentlich ja die Hauptdarstellerin, finde ich, das ist die Jo March. Wird gespielt von Saoirse. 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 Zeigst du. Zeigst du auf. Ja, wir haben nämlich im Vorfeld, haben wir uns nämlich gefragt, weil der Name und. Der schreibt sich ja. Der schreibt sich ja völlig anders. S-A-O-I-R-S-E. Und es ist halt ein schottischer Name oder ein irischer Name. Irischer Name, ja. Und er spricht sich Saoirse. Saoirse, genau. Haben wir recherchiert für euch. Ja, wir haben extra auch noch ein Video angeschaut. Ja, genau. Das Video ist eigentlich echt cool. Vielleicht magst du es in die Shownotes verlinken. Da, wo sie bei der Ellen DeGeneres ist. Ja, das ist nämlich echt cool. Da erzählt sie nämlich auch nochmal so eine kleine Anekdote. Also, und die Saoirse Ronan hat schon für ihre jungen Jahre, ich glaube, sie ist Mitte 20, hat sie schon auch sehr, sehr viele Filme gemacht. Ich habe immer ein paar ausgeschrieben. Wer ist Hannah, Brooklyn, Abbitte, In meinem Himmel, Maria Stewart. Und sie hat ja auch schon etliche Oscar-Nominierungen hinter sich und Golden Globe-Nominierungen. Also, könnte es sein, dass sie dieses Jahr fällig ist. Könnte. Ja. Aber ich dachte, die hat schon einen Oscar. Ah, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ne, ich glaube noch nicht, aber. Dachte, ich kann mich. Vier. Vier Nominierungen. Mhm. Ja, okay, dann hat sie noch keinen. 25 Jahre, ich bin gut. Mhm. Das war jetzt so kurz ins Blaue geraten. So, dann ihre Schwester, Meg March, wird gespielt. Also, den Golden Globe hat sie für Lady Bird. Ah, genau. Das stimmt, ja. Ich habe noch keinen Oscar. Die Emma Watson spielt die Meg March, so. Und die, ja, Emma Watson, das ist, kennt man. Harry Potter, die Schöne und das Biest, The Circle. Colonia Dignidad, den habe ich jetzt die Woche mal angeschaut. Ich dachte, ja, kann man ja mal anschauen. War, ja, interessant. Ja, er war. Er war. Er war. Und, äh, noir. Aber, dann, ähm, die Florence Puck spielt die Amy March. Die ist jetzt, ähm, ja, die kannte ich jetzt eigentlich vorher noch nicht so. Also, die ist jetzt, die spielt mit bei Midsommar. Das ist ja dieser Horrorfilm, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die Libelle, Outlaw King, The Commuter, denn, da wüsste ich, wäre sie mir jetzt nicht so aufgefallen. Und Lady Macbeth. Sie ist aber auch nominiert für, ähm, beste Nebendarstellerin für den Oscars. Dann die Beth March, äh, ist die Eliza Scarlan. Die hat in Sharp Objects mitgespielt. Und zwar, ähm, mit der Amy Adams. Ja. Diese HBO Miniserie. Ja, 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 ich erinnere mich, aber ihr Gesicht habe jetzt gerade nicht, nicht im Kopf. Ja, die Beth ist ja die, ähm, die, ähm, die, 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 wo sich immer versteckt. Ja, ja, ja. Die Klavierspielende Schwester. Die etwas zurückhaltende, ja, ja. Schwester, genau. Dann, äh, Mami March, das ist die Mama March, ähm, Laura Dern, Jurassic Park, Marriage Story hat es ja jetzt, ähm, Golden Globe gewonnen. Wie wir ja letztes Mal schon festgestellt hatten, ähm, ihr zweiter Frühling. Ja. Die, ähm, ja, auch mit, äh, Big Little Lies. Big Little Lies und so jetzt wieder ganz groß. Heart Powder. Da hat man gefühlt nach ihrer Rolle in Jurassic Park, äh, eigentlich so wahnsinnig viel nicht mehr von ihr gehört und gesehen, gell? Ja, da müsste man irgendwie mal, ähm, die hat bestimmt was gemacht, ja, aber. Ja, sie ist nicht mehr so omnipräsent, also jetzt zur Zeit ist sie wirklich omnipräsent, also finde ich, also sie ist sehr, was ich aber toll finde, nur in, in Star Wars fand ich sie. Ja, gut. Ja, okay, da fand ich sie nicht so toll, aber ich weiß auch nicht, wer diese lila komischen Haare da verpasst hat, das war ja wirklich, also, naja, egal. Ähm, dann der Laurie, äh, Timothy Chalamet. Ja, Chalamet oder Chalamet, ich weiß nicht, wie wir den aussprechen. Chalamet, da haben wir uns jetzt kein Video angeguckt, wie wir den aussprechen. Ja, der, ähm, ja, das ist ja auch irgendwie so der, der Schauspieler irgendwie schlechthin oder, oder der aufstrebende Stern oder wie soll man das sein? Darf ich schon mal, darf ich schon mal sagen, was mich an dem Typen stört? Ja, du darfst es sagen. Also, ich, äh, bescheinige ihm zweifelsohne schauspielerisches Talent und ich habe auch noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen. Ich glaube, also, die zwei waren jetzt Call Me By Your Name und jetzt eben den hier und er wird in, gerade jetzt in diesen beiden Filmen schon sehr stereotyp besetzt. Und mich nervt dieses, dieses Image, das er da vertritt, also von diesem Schönling, der, der quasi so eine gewisse Wirkung halt auf die Frauen in seiner Umgebung hat, aber irgendwie entweder so tut oder seine Rolle halt so angelegt ist, als wüsste er nichts davon. Und das ist so ein, und dann auch diese Wuschelhaare, wo man da ständig mal einen anständigen Haarschnitt, dann diese komischen, legeren Klamotten immer, die, die so gar nicht in diese Zeit passen, wo alles immer total aufgeräumt ist. Also, ich meine, natürlich passt das zu seiner Rolle, aber er hat mich da, also diese Rolle, nicht der Schauspieler, aber diese Rolle hat mich da so ein bisschen genervt. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich weiß ja, dass der den Paul Atreides in der Dune-Verfilmung spielen wird und auf den freue ich mich ja schon abartig und ich möchte den jetzt mal in der ernsten Rolle sehen. Und, ja, das haben wir ja gestern Abend auch schon gesprochen, deswegen habe ich ja dann vorgeschlagen, dass wir auf Netflix The King mal anschauen, weil da spielt er ja, ja, erstens mal seine Haare, da hat er jetzt erstmal echt so eine Eimerfrisur, so. Und dann hat er so einen Schlafzimmerblick. Ja, den hat er aber immer. Den hat er immer, ne? Ja, ja, das ist immer diese, diese halb, halb geschlossenen Augen, ne? Offen, halb geschlossen, je nachdem, wie das Glas, halb voll, halb leer. So blickt er immer. Und, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich bin eindeutig zu alt, dass das irgendwie, dass ich mich für den interessieren könnte, weil ich könnte voll fünfmal seine Mutter sein. Nee, nicht fünfmal, aber mindestens einmal. Und es ist halt ein Jüngelchen und, keine Ahnung, ich finde auch, ich finde es auch ein bisschen zu dünn. Ja, das sowieso, das ist ja ein Hungerhaken. Ja, und ich bin mir manchmal auch noch nicht so sicher, ob er jetzt ein guter Schauspieler ist oder nicht, weil er halt, ja, wie du schon sagst, immer so gleich besetzt wird. Und ich würde auch mal jetzt, also ich freue mich auch auf Dune und bin mal gespannt, was das bringt. Ja, weil ich bin mir nicht so sicher, was seine Bandbreite betrifft, weil... Ja, Bandbreite ist schon da. Ich meine, The King, A Rainy Day in New York, das ist, glaube ich, auch so eine Liebesgeschichte. Und dann Beautiful Day, Beautiful Boy, so rum ist ein Drama. Dann Lady Bird hat er ja auch mitgespielt. Stimmt, da hat er ja diesen, da hat er ja auch mit ihr zusammen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht diese, man besetzt ihn offensichtlich auch immer in diese Rollen und er hat jetzt, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, jetzt in dem Film jetzt auch nicht unbedingt die Gelegenheit, da großartige Bandbreite zu zeigen. Muss man ihm jetzt auch zugestehen. Oder darf da irgendwie einmal irgendeinen emotionalen Ausbruch haben und das war's. Das stimmt, ja. Aber egal, weiterhin. Ja, dann gibt es den Mr. Dashwood, das ist ein Verleger und der Tracy Letts spielt ihn, den man auch schon aus Lady Bird, The Big Short, Le Mans, 66, Divorce, die Verlegerin kennt. Und dann relativ, nein, nee, nee, alles gut, jetzt hätte ich fast was gespoilert. Father March oder Vater March, ist das eigentlich ein Priester? Schon ein Priester? Ja. Ja. Okay. Ja. Weil das hat man erst dann an seiner Kleidung gesehen, so erwähnt wird's ja nicht wirklich, gell. Was aber seltsam ist, dass der in Krieg zieht, aber gut, scheint wohl so Usus gewesen zu sein. Ja, naja, da haben sie wohl auch wirklich alle eingezogen. Das spielt nämlich zur Zeit des, wie nennt sich der Krieg, Südstaaten-gegen-Nordstaaten-Krieg. Ja. Genau, wo es um die Sklaverei ging, ja. Ja. So, dann der Bob Odenkirk, den kennt man ja aus Better Call Saul, Breaking Bad, The Kominsky Method, Undone, das ist auch eine wahnsinnig gute Serie auf Amazon Prime, kann man nur empfehlen, die Verlegerin. Und dann habe ich halt noch, also es gibt noch ein paar einzelne Darsteller, ich habe jetzt aber nur noch die Tante March aufgeschrieben und es wird gespielt von der wahnsinnig tollen Meryl Streep, die eine kleine, sehr, sehr feine Rolle in dem Film passt halt wieder total. Und ja, Meryl Streep, ich sag mal ein paar, jenseits von Afrika, Big Little Lies, Mamma Mia, Florence Foster Jenkins und die eiserne Lady hat sie gespielt, die Margaret Thatcher. Ja. So, genau. Das sind jetzt erstmal die Fakten und ich habe jetzt noch eine Sache, bevor du zum Pressetext kommst. Also ich kann ja gleich sagen, dass es diesmal keinen gescheiten Pressetext gibt. Also ich kann das gerne vorlesen, aber das ist so gar kein Einsatz, aber deswegen passt das jetzt ganz gut. Alternativ dazu, für alle da draußen, die es nicht wissen, Little Women basiert ja auf einem Roman. Und dieser Roman ist von einer Autorin namens Louisa May Alcott. Und der wurde nicht zum ersten Mal adaptiert. Nein. Also ich wusste von einer, aber die anderen, ich habe es dann zufällig irgendwo mal gelesen, dass es schon mehrere Verfilmungen gab. Auf IMDb wird man da jetzt nicht wirklich schlau. Ich habe das dann schön anständig auf Wikipedia nachgelesen. Und zwar gibt es 1917, gab es schon die erste Verfilmung, die ist aber verschollen. Dann 1933 unter dem Namen Vier Schwestern mit Catherine Hepburn. Dann 1949 nochmal kleine, tapfere Joe, was völlig gaga ist irgendwie der Titel, aber der richtig gagere Titel kommt noch. Und zwar 1949, genau, mit der Elizabeth Taylor. Und jetzt 1994, Betty und ihre Schwestern. Und jetzt sag du mir, welche von den Schwestern heißt denn Betty? Keine Ahnung. Genau. Wisst du nicht welche? Ja, es heißt auch keine einzige Betty. Ja, die Beth ist, glaube ich, so die, also die deutsche, kurz vorm, also Bethany ist ja Bettina und die kurze vorm Bettina ist Betty. Meinst du, dass die Betty und ihre Schwestern, dass sie halt die Beth March dann damit meinen? Aber das ist doch völlig geschehen wert. Aber das ist der mit der Winona Ryder, oder? Genau, das ist der. Der hieß aber im Englischen auch Little Women. Das ist nur dieser deutsche, beknackte deutsche Titel. Naja. Genau, mit Winona Ryder, Susan Sorrenton. Und damals hat der Christian Bale den Laurie gespielt. Aha. Genau. Man muss dazu sagen, dass ich sowieso nicht, aber erstaunlicherweise du auch nicht, diesen Betty und ihre Schwestern gar nicht gesehen haben. Ja, und ich, es ist eigentlich für mich sehr untypisch, weil, ja, das ist sehr, sehr untypisch. Aber irgendwie, ich meine, ich war ja Zeit lang, Zeit meines Lebens schon auch, also gerade zu meiner Teenager-Endphase, Schulzeitphase, war ich ein Riesenfan von Winona Ryder. Mein Gott. Und, ja, ich, ich, bei Nach-Reality-Bytes musste ich auch unbedingt diese Frisur haben. Ich bin auch echt mit, mit Bildern zum Frisur, ich will genau so aussehen. Und, ähm, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Naja. Aber ich weiß nicht, mich hat dieser Film einfach nicht, nicht, mich hat dieses Plakat, ich fand es so bieder und so nichts ansprechend. Einfach Susan Sorrenton umrundet von ihren vier Töchtern und irgendwie war das so, das sah so langweilig aus. Mich hat es null gereizt. Also, sagen wir mal so, das neue Plakat ist jetzt auch nicht unbedingt der, der Brüller. Das sieht genauso langweilig aus, tut mir leid. Äh, ja. Also, das hätten wir jetzt auch nicht. Ja, so vier Frauen, die aus dem Fenster gucken, das ist, ja. Ja, nee, das ist ja noch langweiliger, das deutsche Plakat. Das deutsche ist noch langweiliger. Ja, ja, das ist ja nur so ein weißes, ähm, ich zeige dir das mal, wie das aussieht. Ja, ja, ich habe es jetzt gerade nicht. Da. Ah, ja, ja. Das ist da. Ja, das ist schon, na, ja, das andere ist schon besser. Das, wo wir dann auch in, als, als Poster genommen haben. Ja, das deutsche, das ist schon furchtbar. Ja, das da waren wieder ganz kreative Köpfe am Werk. Ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie, abgesehen davon, das, magst du nicht mal diesen einen Satz bitte vorlesen, wo du gefunden hast? Ach so, ja, ja, ich lese ihn gleich vor. Ja, weil, das ist halt eigentlich, also vom Verleih schon auf Frechheit. Also, ich lese jetzt einfach mal den Pressetext vor. Bitte, ja. Damit wir das ja mal hinter uns bringen. Und wir haben also im Vorfeld, es gibt eine Stelle, die, wie ich finde, ganz, ganz deutlich macht, dass die, die diesen Pressetext verfassen, in der Regel absolut keine Ahnung von dem Film haben, den sie da beschreiben. Und zwar ist es jetzt weniger eine Inhaltsangabe, als halt mal wieder so eine Selbstbeweihräucherung, finde ich. Ich lese das mal vor. Die Autorin und Regisseurin. Und, kommt noch dazu. Oh. Oh. Mir fällt gerade auf, ich habe das übersetzen lassen. Ah. Okay, dann, ich nehme alles zurück. Wir nehmen alles zurück. Weil ich nämlich überhaupt gar keinen deutschen Pressetext gefunden habe. Das ist ja auch so gang und gäbe. Also, die machen mittlerweile zu jedem Scheißfilmer, machen sie halt so eine Facebook-Micro-Site. Aber beschäftigen sich meistens gerade mehr mit dem Inhalt oder so. Also, selbst auf den offiziellen Seiten, in dem Fall der Sony Pictures Deutschland, gibt es keine Inhaltsangabe. Jetzt musste ich mir die aus dem Englischen übersetzen. Und da ist dem Übersetzer ein Fehler unterlaufen. Also, dem Übersetzungsprogramm. Okay, das erklärt es dann wieder. Ja, also, die Autorin und Regisseurin Greta Gerwig hat Little Women geschaffen, das sich sowohl auf den klassischen Roman als auch auf die Schriften von Louisa May Alcott stützt und sich entfaltet, während das alte Ego der Autorin Jo March effektives Leben hin und her reflektiert. Die geliebte Geschichte der March-Schwestern, vier junge Frauen, die entschlossen sind, ihr Leben zu ihren eigenen Bedingungen zu leben, ist in Gerwigs Aufnahme zeitlos und zeitgemäß zugleich. Der Film porträtiert Joe, Meg, Amy und Beth March und zeigt Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pug, Elijah Scanlon und Timothy Chalamet als Nachbarin, als Nachbar-Glory, Laura Dern als Mami und Meryl Streep als Tante March. Gut, also ist es auch nicht so schlimm. Nee, aber es gibt darüber in den Inhalt nichts, nichts Preis. Nee, ja. Aber das ist ja eigentlich schon der Inhalt. Ich meine, das ist ja halt das Leben von den vier Schwestern. Genau. Ja. Mehr ist es ja nicht. Mehr passiert ja eigentlich auch nicht. Dann, wie war denn so unsere Erwartungshaltung? Also meine, also ich habe mich ja riesig gefreut, dass du gesagt hast, du guckst mit mir im Kino an und danke nochmal dafür. Weil das wäre halt nicht ein Film gewesen, wo du freiwillig ins Kino gegangen wärst. Also ich habe ihn jetzt auch nicht mit der Peitsche reintreiben müssen, so war es jetzt auch nicht. Aber ja, ich hätte ihn halt einfach, weil er so gut bewertet wurde und er jetzt halt, weil wir ja eh auch immer traditionell schauen, dass wir halt gerade vor den Golden Globes oder vor den Oscars halt so viel wie möglich versuchen, um abzudecken. Und ja, deswegen, ich wollte den schon auch im Kino sehen, mal wieder, so ein Film. Ja, es ist, wie unsere treuen ZuhörerInnen wissen, ist das jetzt nicht die Art von Film, die mich normalerweise ins Kino lockt. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass es halt um vier Frauen geht oder dass es aus meiner Sicht, und das meine ich jetzt wirklich nicht in irgendeinem negativen Sinn, dass es ein Frauenfilm ist. Also er ist von einer Frau gemacht, er ist mit Frauen, also mit starken Frauenfiguren. Ähm, das, ja, und auch so diese, diese, diese Epoche, in der er spielt, und also es ist halt nichts, was man jetzt irgendwie komplett abholen würde. Das Plakat ist irgendwie nicht so, so, ähm, nichtsdestotrotz wusste ich natürlich, dass das kein schlechter Film sein wird, das, äh, aber nichts, was ich im Kino angeguckt hätte. Aber ich bin da dir zuliebe mitgegangen, und soviel kann ich ja schon vorwegnehmen, ähm, bereut habe ich es jetzt nicht. Sehr gut. Ja, wie war denn so dein Eindruck? Ich meine jetzt abgesehen von dem technischen Defiziten, die uns dieses Kino beschert hat. Ja, also ich fand ihn, oh, Entschuldigung. Ja. Ich fand ihn sehr, sehr schön. Du fandst ihn sehr, sehr schön? Ich fand ihn wirklich sehr schön. Und, ähm, er hat genau, ich glaube schon, dass das auch die, die Absicht war, und er hat auch, finde ich, genau das Porträt, äh, so rübergebracht. Einfach im Gegenzug zu diesen, finde ich doch auch immer wieder sehr, sehr kalten Welt und manchmal auch vielleicht ein bisschen kalte Kino-Medien-Welt, ähm, muss jetzt, ja, wie sage ich es am besten? Ja, fand ich das jetzt einfach mal wieder was sehr warmherziges. Also da, und auch sehr, ja, es war einfach ein schöner, warmer Film in diesem Winter, der sehr warm ist irgendwie, keine Ahnung. Ich finde halt, das ist ein, ein, ein Film, der mehr als viele andere, äh, sich auf seine Figuren verlässt. Und, äh, das meine ich, also im positivsten aller Sinne, das, ähm, das heißt, die Handlung ist jetzt nicht irgendwie besonders komplex und vielschichtig und, äh, äh, überraschungsreich, äh, sondern die ist sehr geradlinig, ähm, der Film ist jetzt nicht sonderlich spannend oder, äh, äh, große Emotionen, sondern der verlässt sich auf seine Figuren, die machen den Film aus und die sind durch die Bank sympathisch, ähm, da ist jetzt auch kein, äh, das ist so bezeichnend für diesen Film, da ist jetzt auch kein Bösewicht dabei, keiner, den man, den man jetzt irgendwie verabscheut, äh, der irgendwie ekelhaft ist, selbst die, die, die Tante, die da so, 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 so ein bisschen rüppelhaft, ein bisschen, bisschen direkter ist, die mag man. Ja, das stimmt schon, ja. Es ist nichts, es ist eigentlich nichts dabei, äh, irgendwie was aneckt bei dem Film. Aber es biedert sich nicht an. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, so, oh Gott, ich hab jetzt, kriegst gleich Karies von diesem Film schauen, also dass das so zuckersüß verpackt ist. Es ist halt, natürlich sind die Charaktere sehr, ja, negativ, werden weich gespült. Es ist schon so ein bisschen larger than life, finde ich. Ja, das sowieso. Aber ich finde, ähm, auch hier, ich meine, wenn man sich mit den Figuren richtig auseinandersetzt, da gibt's schon die ein oder andere Schwester, wo du, oder der ein oder andere, also gerade der Laurie, ähm, so, äh, hip, wie er auch darüber kommt, letztendlich, er wird ja auch immer wieder dafür, ja, angegangen, also gerade, weil er halt einfach so in den Tag lebt und halt, ähm, ja, keine Ziele, keine Träume, keine Wünsche, er lebt halt vor sich hin und es ist ihm eigentlich auch egal, glaube ich, was er da für Spuren da auch hinterlässt und, ähm, ja, ich meine, das ist schon auch, ein bisschen Kritik ist schon auch immer mit dabei und jede Figur liegt einem dann auch nicht immer und, aber es stimmt schon, da ist keiner dabei, wo, ähm, irgendwie mal aneckt, wo du sagst, so, äh, was ist, was ist jetzt da irgendwie passiert oder den mag ich jetzt gar nicht, es passiert nicht, nee. Also gerade, gerade so diese Familie Marge, ähm, mit ihrem Zusammenhalt und auch die, diese Haushälterin, die sie da haben und so, das, die sind schon sehr, ja, ich würde jetzt nicht sagen perfekt, aber das ist, das ist schon nah an Perfektion, das ist schon so eine sehr, eine sehr perfekte Familie, ich meine, die haben alle ihre Charakterzüge, auch nicht immer nur eine positive, ja, und, ähm, aber so als solches, die, die machen jetzt keine bösen Dinge, ja, und sie sind jetzt nicht sehr, sehr ambivalent, also das, das ist schon, ja, das ist schon eine ziemliche heile Welt und, und, naja, ich, ich meine, der Film will ja im Grunde nicht, nicht, glaube ich, gar nicht großartig was anderes sein und die Vorlage letztendlich auch nicht, ich meine, es ist ein, meines, meines Erachtens nach ist es, ist es halt ein, ein, eine, eine Geschichte, die, die halt, also die, die Emanzipation der Frau auch in den Mittelpunkt stellt, in, in mehrerlei Hinsicht, ähm, weil die, also zum einen die Mutter als Alleinerziehende, weil der Vater im Krieg ist, äh, einfach eine unglaublich starke, äh, Mutterfigur ist, die Töchter aber auch, äh, ich glaube für die Zeit, in der das spielt, auch durchaus ungewöhnlich zu Selbstständigkeit erzieht. Ähm, ja. Und, ähm, ja, und, ähm, ja, und, und halt auch so, dass, dass jede so ihre, ihre Individualität bewahren darf und soll, das, das ist eigentlich, glaube ich, so der, der Grundtenor dieses, dieses Stoffes, denke ich. Ja, schon, ich meine, ähm, es wurde ja auch im Vorfeld gesagt, dass, äh, oder geschrieben, also was diesem Film halt so, äh, hoch gelobt wird, dass dieser, dieses Thema halt in die heutige Zeit transportiert wird, wobei, ähm, da mir, also wenn du das jetzt so aufzählst, also mir ist es jetzt gestern, ich hab mich da einfach so in, in dem Saal mich so hinreißen lassen von dem Film und von der Musik und von der Stimmung und ich hab da auch gar nicht so versucht dann irgendwie mir die Fehler da rauszusuchen, weil ich hab dann auch in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht, aber im Prinzip sind ja da, so wie du es jetzt gerade sagst, also die, die Frauen werden zur Selbstständigkeit erzogen, die Mutter muss die alleine und das birgt ja für die damalige Zeit sehr viele Konflikte, die aber gar nicht thematisiert werden, null. Also das ist, ähm, auch so eine, äh, Joe March, die halt Schriftstellerin sein möchte, ähm, die läuft da halt irgendwo hin und letztendlich, also viele Barrieren oder Hindernisse, die man eigentlich meint zu dieser Zeit, dass die gibt, eigentlich gibt's die gar nicht. Stimmt, also jetzt wo du sagst, also du siehst eigentlich nie, ich meine, du weißt es und es wird impliziert, also der Film, also man merkt schon, also die, sie sprechen im Prinzip schon von Hindernissen, die man als Frau in dieser Zeit hat oder als, aber du siehst sie nicht, du siehst auch ganz leicht, äh, so andeutungsweise, mit diesem Redakteur, die Eingangsszene zum Beispiel, wo du halt so ganz leicht merkst, äh, dass, dass sie als Frau herabgestuft wird, ja, ähm, es wird thematisiert, aber es wird nie explizit gezeigt, dass sie halt ständig, ähm, die gedemütigt werden oder in ihrem, in ihrer Individualität eingebremst werden und ich glaube aber, dass das Absicht insofern Absicht ist, weil es eben nicht diese Art von Film sein möchte, sondern weil es eben eher, ja, weil es ein Wohlfühl-Film sein möchte. Ja, ja, das ist dann halt in dem Fall, finde ich, ähm, es ist falsch ausgedrückt für die heutige, ja, es ist schon für die heutige Zeit interpretiert, dass es halt anders verfilmt worden ist. Es ist halt natürlich ein anderes Erzähltempo, auch mit denen, was ich finde, was sie gut gemacht hat, es waren auch diese Zeitsprünge, die wurden einmal, wo es erklärt und dann nicht mehr, also dann hast du immer gewusst, trotzdem, also die Erzählweise, ja, genau, du hast dann immer gewusst, in welcher Zeit du bist. Springt so, äh, das mochte ich, also das mochte ich wirklich, das fand ich tatsächlich originell, dass die Erzählweise zumindest nicht so geradlinig ist wie die Geschichte, sodass du halt am Anfang schon Dinge siehst, die eigentlich erst zum Ende, chronologisch am Ende passieren, sodass du dich ja immer fragst, okay, wie kommt es denn jetzt da? Ja, genau, weil es wird halt dann immer, im Prinzip kommt was in der Gegenwart und wird dann halt kurze Zeit später in der Vergangenheit nochmal erklärt, warum und so und weshalb. Ja, das fand ich gut. Fand ich auch gut, aber, ähm, ja, ich frage mich jetzt, was, ich meine, ist dann einfach natürlich jeder Film, wo halt Frauen in einer gewissen Zeit halt darstellt, da kann man immer wieder dankbar sein, dass wir halt schon so weit sind, aber noch nicht da, wo wir sein wollen. Ja, das, und das hat, aber weiß ich nicht, ob das jetzt, ich finde auch, also, das, so feministisch finde ich jetzt den Film aber auch gar nicht. Ich finde, ich finde das halt insofern, oder wie gesagt, doch, ja, doch eigentlich schon, eigentlich will er feministisch sein, aber ich denke auch, dass es, ähm, wenn man jemandem zeigen will, ähm, wie, wie, wie schlimm, ja, und das war es ja auch, äh, es für Frauen damals war, ähm, und man zeigt dann gerade in diesem Kontext, äh, dieser Zeit einfach Frauen, die, äh, wo man das nicht so merkt. Also, du siehst halt vier starke, individuelle, junge Frauen, die laut, also so wie der Film das darstellt, einfach ihr Leben so leben können, wie sie wollen. Ja. Und ich glaube, dass das in der damaligen Zeit halt viel, viel schwieriger war und, äh, die Frauen, wenn sie so waren, wie sie da dargestellt werden, wahrscheinlich auf viel mehr Ablehnung gestoßen sind, als man das so sieht jetzt. Ja, absolut. Also auch jetzt in der Gesellschaft, also auch irgendwo, also man sieht das immer so andeutungsweise, dass, äh, vor allem die Jodie ja auch ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein, ähm, sehr emotional, sehr, wie gesagt, man sehr aufbrausend ist, sehr, ähm, zügellos, Ja. Dass die schon immer wieder sagt, sie, sie, sie will nicht so sein oder sie darf nicht so sein oder meine Schwester hat gesagt, ich soll das nicht sagen. Ja, ja, ja. Ähm, da merkst du schon, dass die Gesellschaft offensichtlich das so nicht akzeptiert, aber du siehst das nie. Ja, es ist halt auch so, dass, ähm, letztendlich mit vielen verschiedenen Leuten, also es ist unglaublich großer Cast, aber die Interaktionen zu anderen sind fast nicht gegeben, also das ist, äh, das ist wie eine Blase. Ja, ja. Also die, die agieren ja immer nur unter sich und da kann man natürlich sagen, ich will eine Frau sein, also in dem, also ich will selbstständig sein, aber das interagiert ja mit der Außenwelt gar nicht. Ja, ja. Und. Das stimmt, das ist tatsächlich, das findet so in so einer Blase statt und selbst wenn, äh, sie jetzt auf irgendeine, weiß ich nicht, eine Debitantin im Ball oder was auch immer das ist. Da wird aber nur ihr mangelndes Geld angesprochen. Ja, aber da siehst du auch nicht, ähm, sie interagiert nicht mit, mit ihrer Umgebung, sondern da ist da auch wieder nur, da ist da auch wieder nur sie und den, den Laurie. Irgendein, wo sie halt dann wieder kennt und das ist schon. Und den Laurie. Ja. Ja, genau. Das ist ganz schön. Also ja, das fällt mir jetzt im Nachhinein erst so richtig auf. Ja, das ist, also wir fallen jetzt ziemlich viele Sachen uns gerade auf, wo ich gestern, da habe ich mich einfach so berieseln lassen, weil es ist ja auch wirklich schön. Also ich fand es sehr schön, also einfach diese zwei Stunden in dieser March-Blase zu sein. In dieser schönen Familienblase. Wirklich, ja, weil diese, es ist halt, die sind kreativ, die sind liebevoll miteinander, also, ähm, aufopferungsvoll. Da wird das Wort Nächstenliebe wirklich auch gelebt. Ja. Und, äh, auch die Nachbarn, die passen alle auf sich auf und es ist halt einfach, ja, da, da, da möchte man halt, da denkt man in dem Moment nicht, ja, das hätten wir jetzt auch so machen, so machen, so machen, weil das einfach so schön ist. Ja, das ist schön. Ja. Also, aber ja, jetzt, wo man im Nachhinein dann nochmal so drüber spricht, denke ich mir, ist nicht auch ein bisschen Potenzial verschenkt worden? Ich, ich finde halt, ähm, ich, man weiß es nicht. Unterm Strich finde ich, dass er, ähm, aber das, er will das, er will genau das sein, was er ist, dass, er macht da keinen Hehl draus, äh, aber für meinen persönlichen Filmgeschmack ist er zu glatt. Mhm. Und, äh, das kann, mögen andere anders sehen und, äh, mögen das vielleicht auch, wenn ein Film einfach mal so ein, von vorne bis hinten ein, ein wohliges Gefühl verursacht und jetzt keine großen, natürlich gibt's auch hier, ähm, das Schicksal, das, das zuschlägt und es ist nicht immer alles Freude, Eierkuchen, aber so im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr, ähm, glatter Film ohne große Kanten. Ja, das stimmt schon. Ich, ich will aber, bevor wir, ähm, jetzt so zu einem Spoiler-Teil kämen, ja, äh, noch herausstellen, äh, die, die schauspielerische Leistung von der, äh, Sascha Ronan. Die rockt den Scheiß. Die, die einfach alle an die Wand spielt, das muss man jetzt einfach mal so sagen, ich, mit wenigen Ausnahmen, also, zu denen wenigen Ausnahmen gehören, äh, die Meryl Streep natürlich und, äh, auch Laura Dern kann da gut mithalten, aber ich finde gerade ihre Schwestern. Aber die Florence Park? Die Emma Watson ist keine gute Schauspielerin, so leid es mir tut. Ja, müssen wir echt mal wieder so sagen. Also, ich, ich mag sie, sie ist sympathisch, ich mag sie natürlich auch, weil sie, weil sie sich auch privat, ähm, sehr für die Emanzipation der Frauen und auch Umweltschutz und, und was auch immer einsetzt. Ja. Aber man muss ihr wirklich attestieren, dass sie, sie macht immer so ein bisschen den Eindruck, als würde sie sich zu stark Mühe geben. Mhm, ja. Und bei der Sascha Ronan macht das einen dermaßen, äh, also einfach eine, das wirkt bei ihr so natürlich und die, die, die schaltet um zwischen, zwischen Emotionen, das ist eine großartige Schauspielerin und verzeiht, äh, von der wir noch viel, viel, ähm, zu erwarten haben. Ich glaube, das ist die nächste Meryl Streep. Ich weiß es nicht, es ist auch schön, wenn man, wenn man dann schon mal ein bisschen, ich habe mir jetzt schon öfter gedacht, wenn man mal so alt ist wie wir und mit Schauspielern auch aufgewachsen ist, wie, mir ist es, bei Tom Hanks ist es mir neulich wieder in den Sinn gekommen, wenn man sieht, wie alt Tom Hanks zwischenzeitlich ist und wenn man sich an die Filme erinnert, die unsere Jugend geprägt haben und da fiel mir halt Forrest Gump ein und, und wie jung er da war und, und Splash und solche Sachen. Ja, Splash. Und, und dann sieht man, okay, jetzt, man begleitet auf der einen Seite halt einen Schauspieler, cineastisch zumindest, äh, in seiner Filmlaufbahn und sieht jetzt plötzlich immer wieder Talente hochkommen und denkt sich, ich denke mir dann immer so, okay, das sind jetzt die Schauspieler, mit denen jetzt, was ich, unsere Kinder, meine Kinder groß werden und die sie begleiten bis ins hohe Alter, die, deren Zenit oder deren Ende der Karrieren wir vielleicht gar nicht mehr erleben. Meinst du? Ja. Tja, kann schon sein. Ja, auf jeden Fall, sie ist großartig und sie, auch gerade jetzt wegen diesem Interview, äh, wenn du das da in die Show, schaut euch an, wenn ihr Zeit habt, ähm, weil man merkt halt einfach diese, dieses Feuerwerk, was sie halt vor der Kamera, das ist, macht sie halt auch, also. Und sie hat so einen brutalen irischen Akzent. Ersten war sie einen richtig geilen Akzent und dann ist sie halt wirklich, ey, die Frau hat eine Energie, das ist der Wahnsinn. Und ich fand sie aber schon immer, also, weil sie ist so eine, die hat ja zum Beispiel, ich habe ja den Abbitte, habe ich ja damals auch im Kino gesehen, mit der Keira Knightley und, ähm, oh Mann, wie heißt er denn jetzt wieder? Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, da hat sie ja auch eine, naja, nicht sehr sympathische Rolle und ja, ich glaube, ich mochte sie deswegen auch in dem Film nicht, weil sie halt wirklich auch, die, aber sie spielt das halt so gut, das muss man ja dann auch mal schaffen, dass man halt, ähm, das halt so gut spielt, dass sie, dass sie, dass man sie dann halt auch nicht mag und, ähm, was, was ich auch sehr mochte, war ja damals, ähm, in meinem Himmel, also es gibt, glaube ich, keinen Film mit ihr, wo irgendwie schlecht ist. Ja, wobei ich, äh, sagen muss, dass wir, also ich, jetzt, weiß ich glaube, du auch, jetzt von, von Lady Bird jetzt auch nicht so angetan waren. Ja. Also der hat uns jetzt nicht geflasht, aber man muss ja, ich denke, dass wir schon in der Lage sind, einfach zu trennen, zu sagen, okay, der Film hat uns nicht gefallen, aber sie ist großartig. Ja, genau. Ähm, und das, äh, mir ging es ja jetzt bei Little Women auch so, dass sie, naja, der Film hat mich jetzt nicht zu Begeisterungsstürmen hingerissen, sondern ich fand ihn nett, ich fand ihn schön, äh, aber sie hat mich hellauf begeistert. Ja. In ihrer Rolle, weil die da einfach unglaubliche, die, die, die nimmt diese Leinwand für sich ein, egal was die macht, und, äh, ja, das ist, das ist, für mich ist eigentlich das Highlight, äh, ist sie, ja. Das Highlight des Films ist sie, eindeutig. Das stimmt. Ja. Ja. Wollen wir dann zu einem, äh, ja, wir sind ja dann, Fazit, Fazit ist ja, hab ich schon gesagt, ich finde es schön, Highlight ist sie, wer so bestät. Also prinzipiell, also jeder, der solche Art von Filme mag, schaut ihn euch im Kino an, ich finde auch, dass man den im Kino anschauen kann, wer sagt, ja, ich hab jetzt gerade nicht so die Zeit, mhm, mhm, ja, dann schaut ihn euch halt später an, aber schaut ihn euch irgendwann an, weil er halt wirklich so eine schöne, warmherzige Blase ist, dass einem, das tut halt auch einfach mal wieder gut, das ist, ja, Soul Food, Soul Kino. Also es ist jetzt keiner, im Gegensatz zu 1917, kein Film, wo ich sagen würde, den solltet ihr unbedingt im Kino sehen, den hier, denke ich, sollte man, sollte man sehen, aber nicht unbedingt im Kino und das reicht auch mal in einem Jahr, wenn er irgendwo in einem Streaming, bei einem Streamingdienst zu sehen ist, aber es ist ein schöner Film. Und ich persönlich würde den jetzt, aber das hat jetzt einfach nur was mit meinem Geschmack zu tun, niemals in so einer 90er-Prozentwertung ansiedeln, aber das ist nur meiner persönlichen Vorliebe. Ja, aber das ist schon krass. Also ich meine, ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht mehr so hoch ansiedeln. Also wenn ich jetzt quasi, wenn ich aus der Blase raustrete und sage, okay, ich reflektiere das jetzt nochmal. Ich weiß, so wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass sie das, dass ihre Intention so war. Ist halt wieder die Frage, ob das bringt es denn jetzt wirklich dem Feminismus jetzt wieder mehr, wenn ich jetzt halt vier glückliche Frauen in einer Zeit zeige, die eigentlich auch gar nicht so war. Weißt du, ich bin… Das ist doch auch wieder Verschönigung der Tatsachen, oder? Wenn es um so Wertungen geht, also ich habe da einfach so eine persönliche Skala in mir und ich sage, okay, wenn ein Film eine 90er-Wertung hat, eine 90 Prozent, dann ist das für mich so ein Wow-Hammer-Film, ein Brett von einem Film, würde ich jederzeit, würde ich sofort nochmal reingehen. Das ist für mich die Kategorie. Das ist halt bei weitem nicht. Nee, das ist… Und da frage ich mich da so ein bisschen, woher das kommt. Ja, genau, was ist denn hier schon wieder los? Und das hat nichts mit dem schauspielerischen Können und der Inszenierung und gar nichts zu tun, aber es ist für mich kein Wow-Film. Nee, ist es auch nicht. Ist es auch wirklich nicht. Und im Nachhinein verstehe ich es auch ehrlich gesagt nicht so ganz, weil wir haben ja wirklich nach 1917, wobei wir im Umfeld viele bekannte Arbeitskollegen hatten, die irgendwie sind wir da auf weiter Flur die Einzigen, die den so toll fanden. Okay. Also wir waren ja so geflasht, dass wir wirklich allen Ernstes nochmal überlegt haben, den nochmal im Kino anzuschauen und ich glaube, wir haben einfach jetzt aus Zeitgründen und weil halt andere Filme jetzt gerade anstehen, haben wir gesagt, das machen wir nicht, aber wir hätten ihn ja beide gerne nochmal angeschaut. Und das allein spricht ja schon für dieses, für unsere Wow oder für diese 90 Prozent, aber so ein Film mit Little Women, wenn der jetzt irgendwann mal in einem Jahr, und ich weiß, okay, heute ist jetzt irgendwie so ein, ja, blöder Tag irgendwie, dann, das ist der perfekte Film dafür, um den Tag dann halt wieder schön zu machen, safe zu machen, schöner Abschluss, aber, ja, ich weiß nicht, das ist, ich finde es jetzt im Nachhinein wieder ein bisschen ärgerlich, dass da der Anspruch irgendwie jetzt voll verloren gegangen ist, also einfach zu sagen, okay, schaut, wie es früher war und schaut, wie es jetzt ist oder schaut, wie wir es noch besser machen können oder vor allem, wenn dieser Film was zeigen sollte, dann ist der Zusammenhalt zwischen Frauen und der, da muss ich mir auch mal an die eigene Nase fassen, weil ich weiß auch nicht, was wir Frauen immer für ein Problem haben, dass wir immer gegeneinander kämpfen, ich weiß es auch nicht. Was sind der Schwestern? Ja, es sind Schwestern, aber selbst unter Schwestern, aber ich meine, dann ist es ja eigentlich noch schwieriger, aber letztendlich geht es halt auch da um Zusammenhalt unter Frauen und da sollte man sich schon auch wünschen, dass das vielleicht ein bisschen mehr passiert, einfach Solidarität unter Frauen. Ja, aber ich denke wirklich, dass es eigentlich nur, dass es ein schöner Film sein will und ein schönes Gefühl verursachen und das schafft er auch und mehr ist er aus meiner Sicht nicht. Es ist kein, kein Wow-Film. Dann kommen wir zum Spoiler-Alarm. Ja. Ja, so viel, ehrlich gesagt, ist es einer der Filme, aber das ist grundsätzlich ein Problem, was ich mit Filmen habe, die nichts mit mir anstellen. Das, du weißt, was ich meine. Ja. Es gibt Filme, die regen mich auf, weil sie so schlecht sind. Es gibt Filme, die versetzen mich in Verzückung, weil ich sie so gut finde. Und dann gibt es Filme wie Little Women, die ich schön finde. Aber nichts mit ihr machen. Die nichts mit mir machen und da tue ich mich halt auch immer schwer, irgendwie so Highlights rauszupicken. Und mein Highlight habe ich ja im spoilerfreien Teil schon rausgepickt. Das ist für mich keine Szene, sondern ist die Hauptdarstellerin. Ja. Und demnach ist eigentlich fast nahezu jede Szene mit ihr ein Highlight. Mhm. Und da würde mir jetzt nichts einfallen, wo ich sage, das hat sich jetzt irgendwie nachhaltig bei mir. Oder wenn mich jetzt, wenn mich in fünf Jahren jemand auf diesen Film anspricht und dann sage ich, ja, ja, das ist doch der, wo das und das passiert. Oder weißt du, wenn mich jetzt in zehn Jahren jemand auf 1917 anspricht, haben wir eh schon über die eine Szene gesprochen, die aus unserer Sicht da in die Filmanalen eingehen wird. Und sowas finde ich hier einfach nicht. Oder meinst du da irgendwie? Nee, ich, ich, jetzt während du so darüber gesprochen hast, habe ich jetzt auch überlegt, welches ist denn jetzt hier so. Ich meine, jeder, vielleicht kennt der eine oder andere schon auch die Geschichte, was natürlich auch traurig ist, ist, dass die eine Schwester dann halt stirbt vor lauter Selbstlosigkeit und den Armen beim Pflegen und Essen helfen und das Recht sich dann halt. Dann Scharlach einfängt, ja. Die sich, ich glaube, dann zum zweiten Mal Scharlach einfängt. Jetzt musst du mir mal kurz helfen, weil ich hatte irgendwie die ganze Zeit, war ich der festen Überzeugung, das spielt in England. Nee, das spielt in Neuengland. Genau. Weil dann kam nämlich New York und Südstaaten und Nordland. Ich so, hä, wieso, das spielt auch in viktorianischen England, was ist denn los? Nee, das spielt in Neuengland. Genau. Und ja, auch zu der, also die, die Autorin, das ist ja im Prinzip auch so, wie es im Buch ja, also geschrieben wird, es ist ja auch sehr autobiografisch und die hat schon auch die Geschichte von ihrer Familie so ein bisschen aufgeschrieben und ja. Ja, aber stimmt, also es ist, was soll man dazu noch sagen? Also was ich mochte und das, vielleicht hebe ich jetzt das einfach noch hervor, ich glaube, dass das als Regisseurin nicht so einfach ist, so solche hochdynamischen Gruppenszenen zu inszenieren. Und was ich damit meine ist halt, wenn diese vier Schwestern und die Haushälterin und die Mutter und dann noch jemand, dieses Vor und Zurück und diese schnelle, dieses Gewusel. Ja, ja, das ist ja schon viel Gewusel. Und dieses Gewusel ist aber geplant. Ja, ja. Ist ja ein Film und das mochte ich. Also das hat diesen Film, vielleicht wenn ich noch was Positives über den Film sagen kann, dann das, dass er mir tatsächlich über die Laufzeit sehr ans Herz gewachsen ist. Also am Anfang war ich nur so ein bisschen reserviert und dachte mir, jetzt sitze ich hier und in diesem Kino und da hat mich schon so viele Sachen wieder angenervt und dann war es wieder zu leise und dann. Zu warm. Und dann hat so, sagen wir so eine Dreiviertelstunde, Stunde hat es gedauert, aber dann ist mir der Film wirklich ans Herz gewachsen. Und das hat viel mit solchen Szenen zu tun, wo dieser Tumult in dieser Familie und das ist so grundsympathische Szenen, wo man so dieses bisschen, die Kabeleien zwischen den Schwestern, aber trotzdem halt einfach total herzlich. Ja, das fand ich auch. Und dann liest die Mutter einen Brief vom Vater vor und alle liegen sie dann so an ihr wie so eine Glucke und ja, das hat einfach was Herzliches, was Warmes. Ja, sowas, ich weiß, ich habe dann nur gedacht, sowas gibt es einfach nicht mehr. Ja, zumindest haben wir beide das halt so nicht kennengelernt. Also vielleicht gibt es sowas. Ich glaube immer, dass es auch so ein Kind seiner Zeit ist, ich glaube, oder halt auch ein Kind unserer Gesellschaft im Speziellen, weil ich denke, dass es schon auf der Welt viele Familien gibt, deren Familienzusammenhalt einfach noch viel, viel wichtiger ist, weil sie halt einfach nicht alles, weil ihnen halt nicht einfach alles von den Bäumen fällt. Ja, ja. Ich glaube, dass das auch, also der Mangel an vielem auch ein Grund ist, worin dieser Zusammenhalt begründet ist. Dass jeder für jeden und die Schwestern halt auch, wenn sie Geld erwirtschaften, das nicht für sich behalten und so. Und heutzutage leben wir ja in einer, also wir zumindest jetzt hier in der westlichen Welt in einer Luxusgesellschaft, wo die Familie halt jetzt rein versorgungstechnisch diesen Stellenwert gar nicht mehr hat. Und wenn du jetzt nicht so dieser mega Familienfreak bist, der halt einfach total an diesem Konzept Familie hängt, dann ist es leichter, sage ich jetzt mal, das nicht so zu praktizieren, weil du kommst ja trotzdem zurecht und du weißt auch, dass deine Eltern zurechtkommen ohne dich. Ja, auf der einen Seite schon, aber ich glaube, dass das einfach selbst in den Familien, also in der westlichen Hemisphäre bei den Familien, die vielleicht nicht so gut dargestellt sind oder die, sagen wir mal, Hartz IV oder so bekommen würden, selbst da würde ich denen das nicht, weil es, ich weiß nicht, dass es, ich glaube, diese, das geht durch alle Schichten. Ja, aber guck mal, selbst die sozialen, die sozial Schwachen in unserer Gesellschaft, stehen immer noch besser da als woanders. Aber die sind deswegen jetzt nicht so wie diese Familie. Ja, aber das meine ich eben drum, weil trotzdem kein Kind arbeiten gehen muss. Und auch so diese, hat aber auch viel mit dem Ansehen von Eltern und der älteren Generation zu tun. Das ist ja auch so verloren gegangen, jetzt sind wir wieder bei einem Metathema gelandet. Dass halt, ja, dass einfach die Wertschätzung für ältere Menschen, für Großeltern, für Eltern, dass die auch nicht mehr die ist, die sie mal vor 100 Jahren oder 50 Jahren war. Also, letztendlich, ich fand's halt, mich hat der Film halt da, also diese ganze Familienthematik, diese Schwesternthematik, also, und auch diese, ja, auch, also, was ich echt eine tolle Szene fand und ich hab nur gedacht, wow, das würde in der heutigen Zeit wirklich keiner machen, ist, dass die halt an einem Weihnachtstag, an einem Weihnachtsmorgen kommt dann halt die Mutter nach Hause und sagt, sie war halt jetzt bei einer Familie, die halt nichts haben und es wäre jetzt schön, wenn wir jetzt alles einpacken würden, was wir jetzt zum Essen haben und dass wir jetzt rüber gehen und das machen die. Und die Mädchen gucken natürlich erstmal so, ich wollte jetzt aber eigentlich frühstücken und ich wollte jetzt eigentlich hier, aber letztendlich machen sie es, weil ihre Mutter das sagt und da muss nicht mal irgendwie befohlen werden, das ist einfach, die Mutter ist so eine hohe Leitfigur, dass da blind vertraut wird und die Anweisungen einfach gemacht werden, weil sie wissen, das, was ihre Mutter ihnen sagt, das ist eh das Höchste, was wir jetzt tun können und sie laufen dann halt da durch den Schnee und besuchen halt so eine Familie in so einer kleinen Hütte, die kein Feuer, kein nichts gedämmt, die Kinder sind am Weinen und am Frieren und am Hungern und es ist halt einfach nur traurig mit anzuschauen und die bringen da jetzt halt eine Wärme und Fröhlichkeit mit rein und geben denen was zu essen und geben ihnen Wärme und decken und alles und ja und mit diesem guten Gefühl kommen sie dann auch nach Hause und es wird dann belohnt, indem der Nachbar das dann gesehen hat und noch mehr Essen auf den Tisch stellt und das ist wirklich so, okay, wow, also das kann man natürlich jetzt auf vielen Ebenen wieder sehen und ja, natürlich, vielleicht zahlt es sich finanziell nicht aus, wenn du anderen hilfst, aber für deinen Karma ist es halt unglaublich gut und das fand ich einfach eine schöne Szene und vielleicht, was der Film einem vielleicht auch wieder sagen oder zeigen will, ist, was vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach auch verloren gegangen ist, halt dieser Zusammenhalt der Familie und halt auch diese, ja, auch die Wärme Nächstenliebe und ja, und auch da kann man sich ja jederzeit immer an die eigene Nase fassen und sagen so, okay, wo ist denn deine eigene Nächstenliebe und es hat nichts mit Religion zu tun. Ja, das sehe ich auch so, aber wenn, ich überlege mir jetzt gerade, was mir gerade so in den Sinn kam, ist, wie würde denn sowas tatsächlich in einer zeitgemäßen Variante aussehen, könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass das halt eine, dass man diese Handlung quasi in die Jetztzeit transportiert. Ja, in der heutigen Zeit würde das in dem Falle, ich weiß nicht, also dadurch, dass du jetzt so viele Menschen auf einem Haufen sind, hast du natürlich da auch keinen Überblick, was den einzelnen Menschen jetzt fehlt oder nicht fehlt und dadurch, dass das halt so wenige Menschen auf einem Platz sind und dann weiß halt derjenige, ja, also zehn Meter weiter wohnt halt eine Familie und der geht es halt nicht gut, da kann ich jetzt direkt halt helfen. In der heutigen Zeit, das Einzige, was du halt tun kannst, ist halt ehrenamtlich dich zu engagieren und zu sagen, okay, ich arbeite bei der Tafel, ich arbeite bei der Caritas oder beim Roten Kreuz oder wenn es eine Suppenküche gibt, dann arbeite ich halt da und spende dann halt, aber nicht, indem ich halt meine H&M-Klamotten, die ich halt einmal getragen habe, in die Kleidungssammlung gebe, sondern ich spende halt wirklich etwas und sei es halt auch nur Geld in Anführungszeichen und das ist halt das, was wir halt in der heutigen Zeit leider nur machen könnten. Das ist, so viel Wärme kann da ja gar nicht transportiert werden, höchstens du bist halt wirklich vor Ort und hilfst dann halt. Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr gegeben, ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt hier auf die andere Straßenseite schaue, weiß ich denn, ob der jetzt hier irgendwie ein paar Eier braucht oder so oder wenn ich ihm jetzt eine Freude machen würde, wenn ich ihm jetzt ein Kilo Zucker rübertragen würde. Ja, es ist halt auch, ja, es ist halt eine andere Zeit, es ist diese Anonymität, oftmals weiß man ja gar nicht, wenn man irgendwie in einem zwölf Parteienhaus wohnt, wer die anderen elf sind und ja, es ist halt einfach, deswegen sage ich ja, ich habe es schon erwähnt, dieser Film, dieser Stoff ist, die Geschichte ist ein Kind ihrer Zeit. Und das ist aber trotzdem, wenn es uns jetzt so eine Diskussion anregt, dann ist es ja auch gut so, das so zu zeigen, weißt du, dass man halt sagt, okay, diese Wärme, dieser Zusammenhalt, diese Nächstenliebe, dass das halt etwas ist, das ja jetzt eigentlich eher zeitlos sein sollte und das, ja, auch wenn man es heutzutage vielleicht ein bisschen vermisst. Ja, das stimmt. Tja, jetzt haben wir doch ausgeschwoffen. Ja, ist doch gut. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu, was ist unser nächstes, jetzt bin ich mit den ganzen, mit den ganzen Markern hier schon durcheinander gekommen, das nächste wäre unser Ausblick. Oh, auf was haben wir uns jetzt nochmal geeinigt? Achso, also, wir haben gesagt, wenn, wobei, also mir hat der Trailer nicht gefallen, Birds of Prey, also bevor ich jetzt wieder großartig aushol, um was es geht, sage ich gleich, es geht um Birds of Prey, also uns beiden hätte, glaube ich, der Trailer überhaupt nicht gefallen. Nein. Und sollte, wie da erwarten es, die Kritiken so, so, so gut sein, was ich aber nicht glaube, dann wäre das vielleicht eine Option. Ich habe dann noch gemeint, ich würde gerne Bombshell anschauen, aber der interessiert dich gar nicht. Und was habe ich jetzt dann? Jojo Rabbit. Ach, Jojo Rabbit, genau. Also wenn es sich ausgeht, also es hat jetzt wieder was mit den Spielzeiten zu tun und wenn es, wenn es dumm läuft und wir wieder irgendwie in das gleiche Kino gehen müssten, würde ich ehrlich gesagt lieber verzichten. Ja, nee, also so ein Pipi-Saal nicht mehr. Und dann so gern ich den sehen würde, wird das dann wohl eher eine Heimkino-Premiere werden. Aber wir, also jetzt bezeichnet sich tatsächlich erstmal so ein bisschen, der, jetzt lässt so diese, dieser Schwung an Filmen lässt jetzt so ein bisschen nach, wo wir gesagt haben, jetzt hatten wir ja jede Woche irgendwas zu gucken, jetzt müssen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Ja, also wenn das wirklich so sein sollte, dann wird es halt erst wieder Ende Februar, dass wir ins Kino gehen und dann ist es The Gentleman. Ja, der neue von Guy Ritchie. Genau. Aber ist ja auch gut, ihr habt ja jetzt viel, viel nachzuhören, wir haben jetzt etliche Episoden produziert im Januar, da habt ihr jetzt einen Vorrat bis Ende Februar, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören sollten. Wir haben aber trotz allem noch eine kleine Serienempfehlung für euch, eine, die wir schon mal gegeben haben, die wir auch schon in unseren, einen unserer Serien eintöpfen ausführlich vorgestellt haben, jetzt läuft die dritte Staffel und die Rede ist von Babylon Berlin. Ja. Babylon Berlin ist aus meiner Sicht eine der herausragendsten deutschen Serien der letzten Jahre und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nicht so drin, was an deutschen Serien kommt, deswegen als jemand, der da auch nicht großartig ausschaut hält, sage, für mich ist das die beste deutsche Serie seit Das Boot. Ja. Punkt. Also auch das Remake oder die Fortsetzung von Das Boot war gut, also das meine ich damit, also das Boot, also die Neuverfilmung oder die Remake-Fortsetzung ist es, die ist auch sehr, sehr gut, aber Babylon Berlin setzt da nochmal eins um da. Ist, glaube ich, eher so unser Metier auch. Ja, Krimi und, also ich habe mich echt sehr gefreut, dass es jetzt wieder weiter geht und wir haben jetzt vier Folgen geschaut, ich glaube, heute geht es wieder weiter und da werden wir wieder zwei Folgen schauen und ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach toll inszeniert und man ist halt gleich wieder drin und was ich halt auch so wahnsinnig spannend finde, ist halt einfach diese Zeitparallele, wo wir jetzt gerade so ein bisschen haben, ich meine, es ist die Weimarer Republik, Ende des Ersten Weltkrieges. Ja, Nazis sind gerade so im. Nazis sind so langsam, also die wollen an die Macht so, aber das soll natürlich keiner mitkriegen erst mal. Also, man muss ja dazu sagen, das Erstarken der Nationalsozialisten ist ja im Prinzip der, wie soll ich sagen, den Sanktionen oder den Strafzahlungen zu, also die Ursache war, unzufriedene Bevölkerung aufgrund der vermeintlich ungerechtfertigt hohen Strafzahlungen aufgrund des Ersten Weltkriegs. Und das haben sich die Nationalsozialisten natürlich zu, zum Vorteil genommen, um die Bevölkerung zu manipulieren, halt populistische Sachen rauszuhauen und ja. Und das ist jetzt, spielst du in der Zeit, also wo die Nazis gerade so. Ja und es ist, ich finde halt auch deswegen, man sollte sich das gerade einfach auch deswegen vielleicht nochmal anschauen, weil es, finde ich, immer wieder so Parallelen halt einfach gibt. Ich finde es nach wie vor immer noch beängstigend, dass eine Partei wie die AfD im Deutschen Bundestag sitzt. Und sowas, finde ich, sollte mit unserer Geschichte auf jeden Fall nicht passieren, überhaupt nicht. Und jeder, der diese Partei gewählt hat, ist schuld daran, dass der rechte Schatten wieder aus der Versenkung kommt. Und das muss man einfach so klar sagen. Und mir macht sowas Angst. Und jeder, der, weil wir hatten ja jetzt wieder 75 Jahre Ausschwitz und Jubiläum, also das ist eh schon krass, dass ein Jubiläum ist ja eigentlich immer was, was man feiert, aber das ist schlimm genug, dass es sowas gab. Sag mal Jahrestag. Sag mal Jahrestag, genau, dass es sowas gab. Und es gibt zum Glück noch Zeitzeugen. Und die sterben aus. Und die sterben jetzt dann aus. Und jeder will immer irgendwie mit dieser Vergangenheit abschließen. Und nein, wir sollten nicht mit dieser Vergangenheit in dem Sinne abschließen, dass wir es vergessen. Weil es ist so unglaublich wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass diese Geschichte nicht nochmal wiederholt wird. Und nur, wenn wir uns der Vergangenheit erinnern, wird sich Geschichte nicht wiederholen. Und das ist einfach so unglaublich wichtig. Und wenn Zeitzeugen immer noch sagen, dass die Entwicklung, die jetzt gerade in Deutschland vorangeht, beängstigend ist, dann weiß ich nicht, dann läuft irgendwas schief. Und jeder ist aufgefordert, egal in welcher Wahlurne ihr irgendwann mal wieder stehen solltet, wählt bitte alles, aber nicht die AfD. Und es ist einfach so wichtig, nicht rechts. Ja, es ist, genau. Du hast recht. Ein schöner Appell. Ja. Ein schöner Appell. Wieder in die ganz andere Richtung. Zum Schluss. Jetzt sind wir wieder sehr Meta. Ja, Meta, Meta. Ja, dann kommen wir zum Ende. Ich würde sagen, wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Dieser oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast gleich und eures Vertrauens. Und natürlich auf kat.exklamatio.de. Das war's. Das war's. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Gute Zeit. Uns noch einen schönen Sonntag. Ja. Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.